Das wird, glaube ich, richtig kacke im wahrsten Sinne des Wortes, weil da muss ich das Klo abmontieren, dann muss ich ausschachten, das Rohr zur Klärgrube, muss ich rausnehmen, mal durchpusten. Scheiße. Skeps erschießen. Dann renne ich schnell rüber und warte, bis hier die ersten Skeps erscheinen. Und bis dahin läuft mir vielleicht noch eine unschuldige Seele über den Weg, die ich hinterrücksabknallere. So, was sagt die Uhr? 44. Dann denke ich mal, sollten die Skeps so in vier, fünf Minuten aufschlagen. Einmal im Monat reicht, ja. Ja, wenn du keine Zeit hast, verwandt die Brust. Was willst du machen? So, von hier aus können wir dann zum... Oh, der hat mich doch noch nicht gesehen, oder? Ich war mir nämlich nicht sicher. Doch, doch. Zwei. Zwei. Hinter höchst! Ja, ähhh! Ah, ey! Ah! Alter, ich war doch schon weg. Wie hat er mich noch durch den Baum gesehen? Das gibt es doch gar nicht. Wahrscheinlich direkt Headshot, Alter. Am Arsch hängt der Hammer. Nee, Thorax. Oh, gut aus Bohnen, aber... Nee, nicht für mich. Ich muss eigentlich rein. Ja. Warte, ich guck mal. Ich bin rechts außen. Okay, ich seh bis jetzt nichts, Benji. Ich mach mal, ich mach mal. Guck mal. Probier mal. Wer wird das wohl sein? Ich mach jetzt die Tür auf. Benji, du platzierst? Ich höre Steps rechts. Ja. Ja, kommt Granate. Aber wenn du rumkommst vorne, sag Bescheid. So, ich bin erstes durch. Okay, dann rennen wir direkt hinter Benji. Hat er nicht geschossen, der Typ? Da steht einer. Ich bin außen, ne? Minus, Minus. Der hat uns vollgequatscht. Über Voice over IP. Achso? Ich komm jetzt zur Tür wieder rein, okay? Ich hab das nicht an. Mach doch mal die Tür unter dir zu. Benji, platzier ihn unter mir. Ja, schießen. Oh, ich dachte, er ist tot. Ich dachte, ihr seid das. Nee. Platzier ihn. Oh Mann. Hm. Ich hab gebraucht, Männer. Mit Beutel. Wieso sollen wir das sein Beutel? Warum? Ich hab doch gesagt, ich komm jetzt durch die Tür rein. Durch welche? Ich dachte, du bist durch die andere Tür. Ja. Die Tür. Das war mir nicht ganz klar, welche du meinst. Ja, ich auch nicht. Also du warst... Die Tür gibt es mehrere Türen. Warst du platziert, Benji? Ja. Du warst halt links. Wir sind rechts eigentlich. Du musst... Sag bitte, wo der ist. Der läuft draußen rum. Der ist, glaub ich, hochgelaufen, Benji. Auf... Würde ich sagen. Auf das Dach. Mhm. Und wo war der? Da drin, bei euch? Nein. Das ist keine richtige Aussage. Ja. Wiegt der links von euch ist der? Ja. In was denn für einem Raum? In... In der Treppe... Da hinten ist ein Treppenraum. Der ganze Runder war er hinten im Durchgang zu dem anderen. Du... Beutel, das ist halt... Du musst Ansagen machen und du musst halt die Maps kennen. Das ist halt das Problem. Ja, der ist da noch. Der ist da noch. Das wäre wichtig gewesen zu sagen, Beutel ist in dem Tunnel. Im Tunnel. Im Tunnel oder Gang oder irgendwas. Oh, ich bin tot. Bin auch tot. Aber wir haben ihn geplaced. Dort, wo Matze gestorben ist. Dort war der. Jetzt wissen wir es. Dort war der. Und... Der hat mich ja auch beschossen, Beutel. Ich spiele ja eigentlich Dark of... So gut wie nie. Also eigentlich gar nicht aufs Stream. Da muss ich vielleicht doch mal einen sauren Apfel beißen. Sonst... Das ist eigentlich eine schöne Quest, so. Was? Also... Jetzt zurück. Gepusht. Ui. Oh, Whisky. Und die Fresserei. Munitionen vergessen, ich Idiot. Ach du Scheiße. Bin ich doof oder was? Ich habe nur 8 Schuss mit. Ja, weil ich eigentlich... Ich wollte ja eigentlich auf Showline. mit einer AK schießen. Da habe ich es... vercheckt. Ey, da muss jetzt... jeder Schuss sitzen. Also... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Waffe her, schnell! Munition her, schnell! Aufgeregt, aufgeregt! Oh! Einfach schweben. Gut, dann wäre ich soweit zum Exfiltrieren. Ich weiß bloß nicht, ob der Sportsfreund alleine war. Ach nein, warum hab ich nicht die Nähdchen geschmissen? Ach, Mann, bin ich doof, Mann! Das war's für heute. Okay! Man Knife!